Ich erinnere mich, ich erinnere mich an jenen Tag des Jahres 1701. Ich war ein junger Narr, betrat den Thronsaal mit nichts als kühnen Träumen und wildem Tatendrang. Ihre Majestät war nachsichtig, hörte mir zu. Alles was ich brauchte war ein Schiff und jemanden, der an mich glaubte. Wir folgten dem Westwind, segelten mit den Delfinen. Ich fragte mich oft, ob ich zu viel versprochen hatte, als ich Ihrer Majestät vollmundig die Besiedlung ganzer Landstriche in Aussicht stellte. Viele fleißige Hände machten sich ans Werk, erschufen aus dem Nichts eine blühende Segelung. Doch dann geschah es. Gemeinsam gelang es uns, die Schäden zu reparieren. Und mehr als das, die Stadt erstrahlte im nie gekannten Glanz. Heute blüht der Handel und Ihre Majestät ist vollauf zufrieden. Es hat sich ausgezahlt. Damals, anno 1701.